herzlichen glückwunsch für alle die heute geputzt haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele free fire max und ich wurde sofort eingeladen auf einer hunde betreuer rank it geht nicht okay das kann er wohl vergessen gut dann will ich mal sagen ich werde heute am wahrscheinlich live streaming machen wieder zwischen 18 und 22 uhr wie immer aber ich bin mir nicht ganz sicher also steht noch in der schulage aber es geht los gut dann würde ich auch jetzt sofort starten mit einer betreuer runde als du und da sind wir wieder es geht los sprung überlassen 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 ok gut da ich ja jetzt in du spiele kann ich kein dinges machen nicht so spielen wie ich sonst spiele aber ich probiere besser zu spielen allerdings habe ich schon lange nicht mehr was da schon lange nicht mehr gespielt das spiel letzter zeit sehr selten free fire da ist noch was drin warum ist meine maus so langsam ok besser da war einer hey bleib stehen ich tue dir auch nichts was ist denn das hier oh ein mp eine mp5 gut dann werde ich mal dahinten bei ihnen ist einer hinterher geschossen hm schnell hofer aufhören so jetzt war schon mal fast sehr gut ausgerüstet ja 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 Was war in den Hintern geschossen da? So. Ist hier bitte euer Zugesetzt worden? Okay, wir rennen mal hinterher hinter Lucy Borgel. Weil ich grad drin klar ist, einer. Oh, ich habe hier sozusagen ein Scharfschützengewehr. Ich stehe ja mal die Lootbox mir anschauen. Ich höre sie, ich sehe sie nicht. Ohne Torgi. Und eine Maxim, auch cool. Er hat die Maxim, ich habe die Tor. Nice. Also Nahkampf sind wir so gut wie unbesiegbar. Oh, hier war einer. Ein Spieler war hier. Wo ist der Spieler hin? Weil die KG, die kann die Boxe nicht einnehmen und die war gerade ein bisschen weiß gewesen. Oh, schön. Das ist doch mal richtig schön. Lucy Boy, warte auf mich. Ich habe Angst alleine. Okay. Die Mine. Ich habe Angst. Oh, schön. Ich habe Angst in die Hand. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Da ist wieder einer unterwegs. Ist der da oben? Oder unten? Hä? Ah, da ist er. Der ist schon tot. Oh, ein Scharfschützengewehr. Okay, dann haben wir hier alles loswerden, was ich nicht brauche. Zack. Jetzt können wir sniperen. Das Problem ist, warum ich zur Zeit nicht mehr so viele Dinge spiele. Free Fire ist, weil eigentlich so kann ich bei Free Fire den Club freispielen. Ich habe halt alle Charaktere jetzt schon, alle Fähigkeiten. Ja, ich habe halt alle Charaktere schon freigespielt. Jetzt ist es nur noch, was ich hier freispielen könnte. Dankeschön. Oh, die ist natürlich noch besser. Obst, warte mal. Das habe ich mal ein Tor weggeschmissen. Also weil ich jetzt hier alles freigeschaltet habe bei Free Fire. Ich könnte jetzt nur noch halt spielen. Wie hat er das gemacht? Bestimmt wieder so ein kleiner Bug. Ich könnte jetzt nur noch spielen, um besser zu werden. Und ja. Oh. also ich könnte nur spielen um besser zu werden allerdings komme ich bei ranked und bei ok bei seresta kommt mittlerweile ein bisschen weiter klar ich hab gar keinen hatte mal was ist los noch sechs stück haben wir noch nichts zum wrecken zum reparieren ich 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 Das war einer. Einer noch! Yippie! Sieg! Sieg mit Lucy Boy! Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen gleich in die nächste Runde. Okay, die nächste Runde. Diesmal leider ohne Lucy Boy. Aber vielen Dank für die schöne Runde. Wir spielen CS. So wie, zu 90 Prozent. Eine Royal Runde zum Einschießen und dann eine CS Runde, um meine Hype Fähigkeiten zu zeigen. Okay, die sind alle da drinne. Ach, Mist. Ich dachte, ich wäre schon voll. Ach, Mist. Ach, Mist. Ach, Mist. Also ich denke, die Gegner sind nicht allzu stark. Weil wenn sie stark wären, dann würden wir ganz schnell immer liegen. Aber wir lagen nicht so schnell. Deswegen denke ich, die sind nicht ganz so stark. Aber in der ersten Runde kann man das auch schlecht. Schlecht festmachen, würde ich sagen. Es gibt's ja halt Leute, die spielen nicht so mit der Pistole. Ich ja auch nicht. Schlecht. Schlecht? Die Wache. 1st Blood 1st Blood Help Pia! Help Pia! Double kill Da oben auf dem Dach ist er Okay Und noch einer da? Drum auf dem Dach? So eines Ich hab mir noch keine Waffen geholt Ich hab mir noch keine Waffen geholt Warte! Nein! Ach Scheiße Jetzt muss ich mir was kaufen Hammer Hammer So ich hätte gerne die hier Da fehlen wir Oh Da hat mir einer was hingelegt Dankeschön Warten Kaufen Aufwerten Aufwerten So Hammer Zack Wechseln Okay Jetzt hab ich's Ja Wie gesagt ich spiel nicht mehr so oft Free Fire zur Zeit Ich probier heute Abend Live Streaming zu machen Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Du 1st Blood Oh Gott! Jetzt ist er wieder drin. Mensch, kann ich mal stehen bleiben? Nice, gut. Thiago, Thiago. Eine Spritze. Hier einmal, zweimal. Dann brauche ich was zum Mampfen. Guck mal, das ist umsonst. Das ist umsonst. Nice. Das ist alles. Einmal reparieren, zweimal reparieren. Und los geht's. Das ist das Schiff. Dann mal rüber. Hier oben lang laufen ist eigentlich immer schlecht. Okay. Schön. So, ich. Ich war die Runde dann erst drin. Hätte ich nicht gedacht. Oh, eine Max 7. Das ist ja mal nice. Hier gibt's Ressourcen. Okay, eine Spritze. Oh, ich habe gar keine Pilze mehr. Pilz? Pilz? Keinen Pilz? Hier gibt's Ressourcen. Nein. Hier gibt's Ressourcen. Dankeschön, aber die möchte ich nicht haben. Nicht jetzt. Weil ich renne hier rein mit meiner Max 7. Ich hab dich sociale dazu. Herr Lver geht. Am begins das Wasser so lange so lange mit dem Zeitraum? In derufe. Raum f поговор деле nicht. Oder wieder Coleman. Wir Faith in derart. gut das war's ich würde sagen dann der bock hat vielleicht heute abend beim live streaming zwischen 18 und 22 uhr will ich wieder live streaming machen wenn alles klappt wie gesagt ich mit live streaming ist bei mir aber so eine sache ich habe nicht immer gut gespielt ich war nur zwei beste aber die haben gewonnen gut dann bis zum nächsten mal viel spaß und auf wiedersehen ein 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 ein